In diesem Video stelle ich euch 10 spannende PLA-Filamente vor, die durch diverse Modifikationen besondere mechanische oder optische Eigenschaften haben. Von sehr leichten PLA hin zu leuchtendem und extrem stoßfesten Filament. Hier ist für jeden etwas dabei. Bleibt daher dran, hier bei Yantek. An dieser Stelle noch kurz der Hinweis, dass ihr die Links zu allen hier gezeigten Filamenten in der Videobeschreibung findet. Beginnen möchte ich mit Lightweight PLA von Polymaker, welches laut Datenblatt eine Dichte von nur 0,8 Gramm pro Kubikzentimeter hat. Zum Vergleich, normales PLA liegt bei etwa 1,24 Gramm pro Kubikzentimeter. Low-Weight, kurz LW-PLA-Filamente, werden von verschiedenen Herstellern angeboten und man unterscheidet zwischen aktiv und passiv schäumenden Materialien. Bei aktiv schäumenden lässt sich über die Drucktemperatur regeln, wie sehr das Material schäumt. Umso heißer es gedruckt wird, umso größer der Anteil des Additivs, der verdampft und zu Luftanschlüssen führt und demnach auch umso geringer die Dichte. Bei passiv schäumenden Filamenten kann man mit normalen PLA-Einstellungen ab etwa 190 Grad Celsius arbeiten, was in der Regel zu besseren Druckergebnissen führt. Aufgrund der geringen Dichte eignet sich LW-PLA ganz besonders gut für den Modellbau wie ferngesteuerte Flugzeuge. Als nächstes möchte ich euch thermoaktives Filament vorstellen, ein Material, welches abhängig von der Temperatur die Farbe ändert. Ich habe hier Thermorot von das Filament, welches bei Zimmertemperatur rot ist und bei Erwärmung zu transparent milchig wechselt. Hier reicht bereits die Körperwärme aus. Es gibt verschiedene Ausführungen von verschiedenen Herstellern. Manche ändern auch beispielsweise von grün zu gelb. Bis auf den ansprechenden Effekt, dass sich die Farbe von Bauteilen ändert, wenn man sie in die Hand nimmt, ist mir allerdings kein ganz konkretes Anwendungsbeispiel eingefallen. Wenn ihr daher Ideen für Verwendungszweck habt, schreibt sie doch gerne mal in die Kommentare. Normales PLA ist nicht besonders zäh und bricht daher sehr schnell und abrupt. Für Anwendungen wie Gehäuse, die stoßartigen Belastungen standhalten sollten, ist PLA daher oft ungeeignet. Tuff PLA wird von verschiedenen Herstellern unter verschiedenen Namen angeboten und verspricht eine wesentlich höhere Schlagfähigkeit. Ich habe hier das Polymaker Polymax Tuff PLA und gleich mal eine Kerbschlagbiegelprobe nach meinen Standardeinstellungen gedruckt. Hier zur Referenz eine Probe aus normalem Prusament PLA. Und nun die Tuff PLA-Probe. Dies zeigt deutlich, wie zäh das Material ist. Nach Angaben des Herstellers ist die Kerbschlagfähigkeit neunmal so hoch wie die von herkömmlichen PLA. Das macht es, zumindest für manche Anwendungen, zu einer sinnvollen Alternative für ABS, sofern keine höheren Temperaturen herrschen. Nun ein PLA-Filament für alle unter euch, die optisch ansprechende Teile wie Figuren drucken und einen besonderen Effekt suchen. Co-Extrusion-Filamente kombinieren zwei Farben in einem Filament. In meinem Fall sind das blau und rot. Durch den Hype vor etwa zwei Jahren gibt es zig verschiedene Arten auf dem Markt. Meines kommt von 3D Jake und wird dort unter dem Namen Magic PLA angeboten. Den Link findet ihr übrigens wie zu allen hier gezeigten Filamenten in der Videobeschreibung. Dabei habe ich euch jeweils auch noch ein paar Alternativen zu anderen Herstellern und Shops herausgesucht. Der Trick beim Magic PLA ist es, dass sich das Filament während dem Drucken nicht innerhalb des Extruders dreht, damit der Farbübergang gleichmäßig bleibt. So entsteht ein einzigartiger Effekt auf den fertigen Bauteilen. Und während ihr nun zusehen könnt, wie der Prusa Carbonfaser PLA verdruckt, möchte ich euch etwas über den Sponsor des heutigen Videos, PCBWay, erzählen. PCBWay bietet neben der Herstellung und Bestückung von PCBs auch 3D-Druck, CNC-Machining, Blechbearbeitung und Spritzguss in den verschiedensten Materialien an. Somit lassen sich quasi all eure Projekte mit PCBWay realisieren und das zu fairen Preisen bei schneller Lieferung. Die Vielzahl an öffentlichen Beispielprojekten zeigt die nahezu grenzenlosen Möglichkeiten. Überzeugt euch selbst auf PCBWay.com. Inzwischen gibt es eigentlich jeden Filamenttyp mit Carbonfasern, so auch PLA. Oft beeinflusst dies die Temperaturresistenz, Festigkeit in XY-Richtung, Steifigkeit und Druckbetthaftung positiv, die Schichthaftung, also Festigkeit in Z-Richtung und Kerbschlagfähigkeit hingegen negativ. Das hängt allerdings maßgeblich von der Länge und dem Mengenanteil der Fasern ab. Technische Filamente wie ABS oder PA6CF werden häufig mit 15-30% langen Fasern gefüllt. Bei PLA werden die Carbonfasern eher für die Optik eingesetzt, weswegen wenige Kurzfasern eingemischt werden. Bei diesem Polylight PLACF sind es zum Beispiel 8%. Der Einfluss auf die mechanischen und hermischen Eigenschaften ist daher sehr gering. Positiv ist aber die Optik, da die Schichtübergänge quasi verwaschen werden. Gerade technischere Teile sehen sehr schick aus und ähneln meiner Meinung nach SLS-Teilen. Allerdings sollte man beachten, dass diese Fasern abrasiv sind und man auf eine gehärtete Düse setzen sollte. Standard Messingdüsen können sich so sehr schnell abnutzen, was dazu führt, dass der Durchmesser größer und die Länge kürzer wird und man den Z-Abstand ständig neu einstellen muss. Ein für technische Anwendungen interessantes Material ist auch Soft PLA, welches TPU-ähnliche Eigenschaften hat, sich aber ähnlich wie PLA verarbeiten lässt. Durch die Weichheit ist es sehr gut für stoßabsorbierende Bumper, Handyhüllen oder Modellautoreifen geeignet. Wenn euch das Material näher interessiert, solltet ihr hier auf meinem Kanal das ausführliche Testvideo zu Olympfiller Soft PLA ansehen. Glow in the Dark PLA leuchtet, wie es der Name schon sagt, im Dunklen, was zu sehr schönen Effekten führt. Besonders gut ist es daher für Figuren und Dekorationen wie solche Sterne, aber auch für Warnschilder, die im Dunklen erkennbar sein sollten, geeignet. Ich habe hier grün leuchtendes PLA von Das Filament und eines mit so einem Rainbow-Effekt von Polymaker. Man sollte jedoch beachten, dass wie für Carbonfaserfilamente auch hier eine gehärtete Düse verwendet werden sollte. Das liegt an den abrasiven Partikeln, die zu dem Glow-Effekt führen. Je nach Hersteller kann es sogar empfehlenswert sein, eine 0,6 mm Düse zu nutzen, damit diese nicht verstopft. Bei diesem grün leuchtenden PLA von Das Filament ging aber alles problemlos mit einer 0,4 mm Wolfram-Capit-Düse. Auf Printables habe ich diese lustige Abwandlung des klassischen Notausgangsschilds gefunden und musste es gleich ausdrucken. Das Schild kommt übrigens nicht in meine Werkstatt, sondern in das U10 Makerspace in meiner Region. Schaut gerne mal auf deren Webseite vorbei, das Makerspace ist gerade im Aufbau und freut sich über jegliche Art von Unterstützung. Passend zum Trend von immer schneller druckenden Druckern gibt es High-Speed- bzw. High-Flow-Filamente, die für besonders schnelles Drucken optimiert sind. Ich habe hier Polymaker Polysonic PLA in schwarz. Auf der Seite des Herstellers gibt es viele Infos und Testergebnisse bei verschiedenen Druckgeschwindigkeiten. Angeblich soll das Material mit bis zu über 300 mm pro Sekunde gedruckt werden können. Um das zu testen, habe ich diese Extrusionsteststruktur von Stefan heruntergeladen und mit Hilfe von G-Code-Modifiern die Durchflussrate nach und nach von 10 auf 30 mm pro Sekunde erhöht. Es zeigt sich, dass Hotend und Filament in diesem Bereich keine Probleme haben. Ansonsten konnte ich auch bei anderen schnellen Testdrucken keine Probleme mit dem Flow des Materials feststellen. Wenn euch die mechanischen Eigenschaften von solchen Filamenten näher interessieren, schaut gerne bei mpox.de vorbei. Er hat neulich mit Hilfe meines Zugversuchs diverse High-Flow-Filamente getestet. Eine oft unterschätzte Alternative zu herkömmlich hergestellten PLA ist recyceltes PLA. Bisher konnte ich keine signifikanten Unterschiede in den mechanischen Eigenschaften feststellen. Über die Jahre habe ich recyceltes PLA von Reflow, Prosament und der Recyclingfabrik gehabt. Bei Prosament gefallen mir die zwei Kilo-Spulen, da sie sehr lange halten und vergleichsweise günstig sind. Auch gefällt mir die etwas unperfekte Farbe, ein Anthrazit bis Schwarz mit leichten Schwankungen. Bevor ich euch nun Starlight PLA von Polymaker vorstelle, möchte ich mich kurz bei meinen ersten zwei Kanalmitgliedern, Nyrantia TV und Thomas bedanken. Ihr könnt nämlich ab sofort Mitglied meines Kanals werden und mich somit unterstützen. Dabei gibt es die Stufen Filament Fan, Materialmeister und Werkstatt Wizard mit Vorteilen wie der Teilnahme und Umfragen, Einblicken hinter die Kulissen, früherer Zugang zu meinen Videos und die namentliche Nennung am Ende meiner Videos. Starlight PLA hat einen coolen Effekt, nämlich ändert es die Farbe je nach Betrachtungswinkel und Lichteinfall. Das Filament gibt es in verschiedenen Farben, die jeweils an Phänomene im Sonnensystem angelehnt sind. Ich habe hier zum Beispiel Comet und Twilight. Der Vollständigkeit halber aber auch noch die Anmerkung, dass es auch ein sehr ähnliches Filament dieser Art von Filamentum gibt, genannt Wizards Voodoo. Auch damit habe ich über die letzten Jahre schon einige sehr hübsche Bauteile gedruckt. Ich hoffe, diese Auswahl an PLA-Filamenten hat euch gefallen und ihr habt neue Filamente kennengelernt. Schreibt mir gerne eure Filamenttipps in die Kommentare und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, hier bei Yantek.